Entspannen und relaxen in der Sauna-Landschaft des Greifswalder Freizeitbades. Unser Wellnessbereich bietet neben den finnischen Bio-, Infrarot- und Dampfsaunen verschiedene Massagen und eine kleine kulinarische Auswahl an Speisen und Getränken an der Saunabar. Genießen Sie in unserer geräumigen 95-Grad-Sauna einen unvergesslichen Ausblick auf den Außenbereich des angrenzenden Freizeitbades. Es erwarten Sie stündlich wechselnde Aufgussarten, beispielsweise entspannender Lavendel oder fruchtig belebender Slivovitz. Nach dem Saunagang sorgen Flockeneis aus dem Eisbrunnen, Duschen und Tauchbecken sowie eine Schwalldusche im Außenbereich für Abkühlung. Anregende und abwechselnde Fußbäder bringen Ihren Körper zusätzlich in Schwung und helfen, Ihre natürlichen Abwehrkräfte zu stärken. Zwischen den Saunagängen steht Ihnen die Nutzung unseres großzügigen Schwimmbadbereiches kostenfrei zur Verfügung. Unsere Ruheräume im Saunabereich laden mit Ostseeflair zum Entspannen und Relaxen ein. Genießen Sie in besonderer Atmosphäre unsere monatliche Mitternachts-Sauna oder jeden Montag Women Only, die Frauensauna. Aktuelle Öffnungszeiten sowie alle Tarife finden Sie auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.